So, zweite Aufnahmeversuch hier. Hallo! Wir zocken jetzt Twitch Games um 3.14 Uhr. Geht zu BrainyCore, der macht bessere Videos. Was? Was willst du? Ähm, Gesundheit. Gesundheit würde ich auch sagen. Wer will dich schon abonnieren? Zu deabonnieren musst du einen erst mal abonnieren. Das macht aber keiner eigentlich. Klar, eine wunderschöne Musik. Ja, ein wunderschönes Spiel. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nein, du kannst nicht. Ich kann laufen und springen. Alter, schau mal die... Alter, ist das... äh, siehst du das? Guck mal, wenn er läuft, der hat nur einen Finger. Ja, guck mal die... ähm... Welche Formen die... die hier alle... Ach du Scheiße, ja, ist echt... Bedenklich irgendwie. Gott! Yay! Schlimmes Weg? Guck mal, der ist voll glücklich und ich bin hier voll so neutral. Ich lauf hier so... Ich voll kümmern. Einfach hinterher. Frag mich auch mal die ganze Zeit. Terrence, äh... Wie liefen die Typen von Starspack? Diese Schau... Ach, äh, Terrence und Philipp. Ach, äh, Terrence und Philipp. Ja. Ja. Hey, guck mal, wenn ich nach hinten laufe hier, ich... ich rutsche. Wow, aber ist das wunderschön? Ja, es ist... es ist beeindruckend. Vor allem diese... die ganze Zeit diese Mucke im Hintergrund, ey. Und diese Geschwindigkeit vom Spiel ist echt... Ja, na. Die geht voran hier. Vor allem wiederholt sich noch. Es geht auf jeden Fall nach vorne, würde ich sagen. Ja, läuft bei ihm. Prima. Ich kann jetzt richtig hoch springen, ja. Oh. Ich bin richtig sportlich, ey. Guck dir das... Du bist einmal in deinem Leben hoch hinaus. Irgendwann muss ich in meinem Leben auch mal was reißen, okay. Reiß doch die Tapete ab. Warum sollte ich das tun? Kannst auch was im Leben reißen. Oh, shit. Oh, shit, jetzt. Du bist gestorben. Ja, aber ich hab... ich hab immer noch die... die ganzen... Fähigkeiten. Guck mal hier diese Action hier, sogar diese... Oh, krasse Moves die ich hier mache. You are in Harry. Das sieht man doch, dass der eindeutig den Bart sich ins Gesicht geklebt hatte. Das ist bestimmt der Bösewicht hier, den wir später noch besiegen. Er trete, ich hab meine Fähigkeiten verloren. Ich kann nicht nur so hoch springen. Nein, duuuch. Nein, duuuch. Du bist allein im Quaper und tot sterben. Wenn ich runter springe, dann ja. Vielleicht gibt's da ja. Wie du gesagt hast, es könnte wehtun. Ja, ja. Bist doch aber hart am Leben. Ich find's ja geil, dass wir die Fähigkeiten, die wir hier lernen, direkt wieder verleihen und dann wieder erlernen. Das ist Abwechslung. Drecksspiel. Es ist so wunderschön. Nein. Es hat so eine tiefgründige Story. Es ist trauend eintönig, abgesehen von mir. Dein Anwesenheit macht das Spiel auch nicht besser. Scherzfeier. Gerade meine Anwesenheit ist das, was das Spiel hier noch retten tut. Er sagt er ja. Boden. Boden, benden, benden. Es ist überall und was ist das da? Egal. Ein Crash-Steller. Falsches Spiel glaub ich. Alter ist das. C wie plattgetretener Kogen. H. H. Ich bin so ein Scherz. So, nächstes Spiel. Ja, nächstes Spiel. Ich hab keine Lust mehr. Oh, Diebri. Oh, das ist so wunderschön. Sieht ja schon so geil aus. Ja, vor allem der Typ, der da sitzt. Wir werden schon sterben. Und das ist deine Reise. Hey, hörst du mich mal nicht beim Spielen? Du hast deine ursprüngliche Form wieder angenommen, du Hund. Geht mir da die Küche. Ja, du weiss. Scheiße. Die Küche sieht aus, als wäre er mich seit Wochen lang aufgeräumt. Ich bin halt. Wap, wap. Da sagt er mal die Wahrheit. Ja und? Das wäre scheiße, das ist bisher nicht. Absolut nicht. Diese tiefgründige Story. Hast du mal deinen Kanal angeguckt? Sieht so wunderschön. Ich will sie heiraten. Ja, so schön verpixelt. Bei manchen fändest du was besser? Ja, verpixle dich doch. Ich verpixle dich gleich. Diese unglaubliche Hässlichkeit muss bestraft werden. Unglaubliche Hässlichkeit, hast du noch Spiegel geguckt? Sorgbar, ich kann durch Fernseher laufen. Wer macht mein Fressen? Beschwer dich. Wer? Wer? Hey, da sitzt die noch. Lass den mal da sitzen. Wir gehen erstmal kacken. Guck mal, der Typ ist so traurig, weil du nur Scheiße machst. Du hast das ganze Haus ruiniert. Guck deinen Kanal an. Das ist scheiße. Scheiße. Du kränkst mich. Au. Geh weg. Du musst einen Hund beißen. Ich kann nichts machen. Er macht dich zu Matsch. Ich kann nichts machen. Er macht dich zu Matsch. Ja doch, du kannst auf ihn springen. Aber warte mal. Nein. 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 Dort. Nächstes Spiel. Aber wechseln. Boas. Boas. Wie spielt denn jetzt Boas? Ah, das ist ein Spiel nach meinem Geschmack. Einfach alles zerstören und kaputt machen. Und einfach nicht drüber nachdenken. Das gefällt mir. Sterbt ihr niederen Kreaturen. Die Leute sind schon hier dran bevor sie dich gesehen haben. Ihr niederen Lebensform. Ihr habt alle meinen Kanal nicht abonniert. Jetzt müsst ihr sterben. Die Abo. Was die Abo? Das sind Killerspiele. Puta. Ja. Morgen mache ich einen Amoklauf. Das war nicht ganz ernst gemeint. Da ist ein Friedhof. Das wäre sehr piaté. Bloß wenn ich den jetzt einfach zerstören würde, oder? Bist du? Heißt du Paul? Mit vor Ort namen glauben. Ach du Scheiße. Was habe ich gemacht? Hi. Oh, der guckt dich an. Ähm. Ist ja nicht so, dass ich deine Stadt kaputt gemacht habe, ne? Da find's ganz und gar nicht toll, dass du da... Oh, Scheiße. Da kommen die Kopter auch noch ran. Komm doch, du Sack. Meinst du, ich habe Angst vor dir, oder was? Ich glaube, du hast da unten Lebensbein. Ich töte dich. Ich mach dich, ich mach dich. Siehste, ich habe dich Hackflash gemacht, du Sack. Boah, ihr ballert mich ab, Alter. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? So, was kann man hier noch machen? Ich möchte gerne noch etwas zerstören. Was liegt da? Wo ist das? Oh, guck mal. Ein Dorf. Ein Dorf? Ja, das mache ich jetzt kaputt. Hab ich euch erschreckt? Das will ich noch kaputt machen, bevor ich sterbe. Okay, nächstes Spiel. Einmal starten wir denn? Oh, wie war das? Wow, ich kann... Okay. Oh, wunderschöne Spiel. Und dann... Okay. Das ist ja fast wie das allmühen... Hallo... Meine Freunde. Nein, 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 nein. Das kriegen wir da auch hin, oder? Nein, wieso hat er sich nicht fest? Ja, es wird ja schon mal fast richtig. Ich geb' dir fast richtig. Guck mal, das ist richtig. Nein! Nein, Johnny, nein, nein. So, funktioniert dann das hier. So, wie ging das? Du bist abgeschossen. Ja, das ist alles nur... So ist ja auch das Experiment. Ja. Ups. Das hat niemand gesehen. Das ist alles nur eine Lübe. Ich schneide es jetzt extra nochmal rein. Ups. Na dann. Tschüssi. Ja, wie soll ich denn davon vorbei? Oh, ist okay. Dann haben wir kein Schatz gehabt. Okay, nächstes Spiel. See you. Ja. 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 Ja.